Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen YouTube-Special von mir, von SirNossi. Ja, warum mache ich das? Im Endeffekt, die meisten von euch werden es kennen. Ursprünglich hat der gute Brocken das ins Leben gerufen, und zwar war es das Jagd of Broken. Ja, das gleiche wird es in der Form jetzt auch um meine wenig. Oder, ja, da geht es um mich, also ihr dürft mich abschießen, um es kurz zu machen. Oder sollt mich abschießen, oder besser auch nicht, aber egal, wie auch immer. Also ich werde auch so ein kleines Event veranstalten. Es haben mich ein paar Leute gefragt, Mensch, Nossi, willst du das nicht mal machen? Sind auch ein paar Leute von der DCA an mich herangetreten und so weiter halt. Und da haben wir uns gedacht, da machen wir das doch einfach mal. Ja, Regeln sind im Prinzip ganz einfach. Ich werde eine Tierstufe bekannt geben. Ich denke mal, das werde ich so zwei Tage vorher machen. Heute wird erstmal sein, das wird am kommenden Sonntag sein, um 16 Uhr. So, alles weitere, denke ich mal, werde ich, wie gesagt, nochmal so zwei Tage vorher und auch bei Facebook nochmal announcen. Aber es gibt natürlich auch nochmal ein kleines Infovideo hier. Wie könnt ihr mitmachen? Ganz einfach. Seid einfach um, ich sag mal, 15 Uhr 45 im DCA oder im Brokens TS-Punkt. So, da richten wir dann einen Channel ein. Das wird dann wahrscheinlich wieder der Hof oder der Knast oder weiß der Geier was sein. So, und da wird dann halt ins Gefecht geklickt halt. Und also wird runtergezählt. 3, 2, 1, go. Und dann drücken wir alle gemeinsam rein. So, es wird geben keine Arties, ist natürlich ganz klar. Team-Kills zählen natürlich auch nicht. Also wer da mit mir im Gefecht ist, wäre nett, wenn er mich verteidigt. Wer auf der Gegenseite ist, sucht sich bitte den höchsten Berg mit der tiefsten Klippe und stürzt sich in den Tod und lässt mich in Ruhe. Ja. Gewinnen gibt es natürlich auch was. Also wer mich abschießt, wird eine Kleinigkeit gewinnen oder auch eine Größigkeit. Das werden wir dann noch sehen. Also ich denke mal, die Leute werden schon, oder ihr werdet zufrieden sein, wenn er mich killt. Wahrscheinlich sowieso, auch wenn es nichts gibt. Ähm, ja. Hm. Wie gesagt, alles weitere, ich denke mal so 2 Tage vorher ungefähr nochmal, welche Tierstufe. Ich sag mal, pendelt euch mal so leicht Stufe 8 ein. Ähm, wenn jetzt einer zum Beispiel meint, ich bin jetzt ganz schlau und mache jetzt irgendwie einen T9er oder einen T10er und hab dann vielleicht Glück, dass der Nossi Low gematcht ist. Ähm, und kommt in mein T10-Gefecht, das zählt natürlich nicht. Also es zählt nur die gleiche Tierstufe, ganz klar. Ähm, ja. Und Züge können natürlich gemacht werden, 2er, 3er Züge. Ich werde zwei Verteidiger haben. Einer davon ist der gute Diglovit, den nächsten, und werden wir nochmal gucken, wer das sein wird. Und, ja. Oder wer sich dann noch freiwillig meldet. Aber ich hab schon, also 2, 3 hab ich schon in einer eh näheren Auswahl halt. Und ich denke mal, einer von den beiden wird es dann noch werden, oder von den dreien. Ja. Würde mich sehr freuen, wenn sich ganz viele anmelden, wenn ganz viele mitmachen. Und eine ganz wichtige Sache ist noch, ähm, und das möchte ich bitte, das, oder würde mich sehr freuen, wenn ihr das unten in die Comments reinschreibt. Und zwar suche ich einen Namen dafür. Weil es gibt Jagd of Broken und dann wollte ich nicht Jagd of Nossi machen, sondern ich sag mal, irgend sowas, ähm, irgend sowas ähnliches. Oder, äh, ich sag mal, ein Aufhänger dafür, halt, was weiß ich, Catch Nossi if you can, oder so weiter, halt so, äh, als Bleistift halt, ne. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, erwartet mal den, ich sag mal, Donnerstag oder Freitag, ähm, dann wird das nächste Video nochmal kommen. Aber wäre echt super, super, super toll, wenn ihr ein paar Ideen unten reinhämmert, äh, wie man diesen ganzen Kram nennen könnte. Äh, der Gewinner oder derjenige, wofür ich mich dann nachher entscheiden werde, wird, sagen wir so, kriegt auch ein kleines Dankeschön, ein kleines Präsent von mir. Ja, das war's erstmal von meiner Seite aus. Und, ja, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin, äh, freudig oder auf jeden Fall, ähm, schön dabei, meine Videos zu gucken. Mir macht es ungemein Spaß. Und, ja, würde mich freuen, wenn ihr bei jedem Video immer wieder mit dabei seid. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Anregungen habt oder irgendwas, keine Ahnung, euch drückt der rechte Schuh, dann geht nicht zu mir, geht zur Mama. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt halt, äh, habt halt, oder Anregungen, wie gesagt, lasst es mich wissen, schreibt mir eine Mail. Kann immer ein bisschen dauern, bis ich antworte halt, weil es ist, teilweise ist echt die Hölle los, was im Chat oder auch in den Mails los ist. Und, ja, man wird's dann sehen. Gut, schon viel zu viel geredet irgendwie in der kurzen Zeit. Ich würde mal sagen, wir hören uns Freitag nochmal wieder und bis dahin dann erstmal. Ciao.